Hallo liebe Freunde des Rechts, es ist schon einige Tage her, da hat das niedersächsische Oberverwaltungsgericht diese Entscheidung hier getroffen. Vorläufige Außervollzugssetzung der 2G-Regel im Einzelhandel. Maßnahmengegner feiern diese Entscheidung großartig. Endlich haben Richter begriffen, dass das alles nichts bringt und dass wir eigentlich mehr Freiheit brauchen. Andere sagen, totale Fehlentscheidung, Anmaßung der Richter, dass sie auf einmal eine Fachkompetenz haben sollten über die Einschätzung der epidemiologischen Wirkungen von Masken im Vergleich zu 2G. Das Verwaltungsgericht würde nicht berücksichtigen, dass doch das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, dass der Verordnung und Gesetzgeber einen weitreichenden Spielraum hat. Ob das richtig oder falsch ist, brauchen wir jetzt an dieser Stelle gar nicht diskutieren. Worauf ich gerne hinweisen möchte ist, was bedeutet diese Entscheidung, wenn sich dieser Trend auch fortsetzt bei anderen Gerichten für die Verordnungsgeber und den Gesetzgeber. Besonders interessant ist nämlich die Argumentation aus Artikel 3. Und das ist ein Klassiker, das Oberverwaltungsgericht hat, und das ist durchaus nachvollziehbar moniert, dass man nicht nachvollziehen kann, warum Baumärkte anders behandelt werden als gärtnerischer Fach-Einzelhandel. Der eine, nämlich der Baumarkt, ist von 2G nicht ausgenommen. Der fällt unter, Moment, andersrum. Baumärkte fallen uneingeschränkt unter die 2G-Regelung und die Gartenmärkte nicht. Und das gleiche gilt für die Instandhaltung von Elektronikgeräten, weil die angeblich zu den Gütern des täglichen Bedarfs wie Supermärkte gehören. Und da ist so eine typische Schnittlinie, die hatten wir auch schon vorher, als es ums Schließen des Einzelhandels ging, dass also bestimmte Läden aufmachen durften, Supermärkte, Drogerien. Und irgendwo war dann der Schnitt, wer dann noch mit aufmachen darf oder auch nicht oder wo bestimmte Sortimentsbestandteile abgetrennt wurden. In Bayern hatten wir das auch. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hatte das im Sportbereich einmal moniert, dass dort ein Fehler für Gleich- oder Ungleichbehandlung vorlag. Die Reaktion des Verordnungsgebers war dann, dass er im nächsten Tag beschlossen hat, dann machen wir halt alles zu. Und das ist das, was passieren kann, wenn man die Differenzierung nicht hinkriegt. Man kann es natürlich besser machen, aber wenn man merkt, das kriegen wir nicht hin, die wird uns dann auch zerschossen, dann ist die einzige Möglichkeit, dass man einfach alles zumacht oder den Schnitt dort macht, wo er nicht beanstandet wird. Dass man sagt, okay, dann ist halt nichts so wichtig wie jetzt Nudeln kaufen und Lebensmittel. Da bleiben dann die Läden offen und ansonsten bleiben wir bei der Linie, die wir früher hatten. Dann macht man halt alle diese Sachen zu. Und das kann dazu führen, dass der Instrumentenkasten immer weiter geplündert wird, dass also die kleinen differenzierten Maßnahmen entnommen werden. Und dann bleiben am Schluss nur noch die brachialen Sachen wie Lockdown oder allgemeine Impfpflicht übrig, wenn jetzt dann tatsächlich mit der fünften Welle und Omikron die Inzidenzen wieder hochgehen sollten. Und das kann eine Auswirkung darin haben und spannend wird auch die Frage, ob die Differenzierung zwischen geimpft und ungeimpft dann überhaupt noch gut funktioniert, wenn Omikron dominant geworden ist. Sollte es so sein, dass tatsächlich die geimpften Menschen sehr stark symptomatisch erkranken und damit natürlich auch das Virus weitergeben, dann fällt zumindest das Argument weg, dass sie keine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen. Es bleibt immer noch das Argument, sie belasten vielleicht die Krankenhäuser oder Intensivstationen nicht so sehr. Aber auch da wird man sich fragen, macht das den entscheidenden Unterschied? Wird bei einer so hohen Inzidenz nicht doch wiederum so viele Menschen davon betroffen sein, auch die geimpft sind, dass es nicht ausreicht oder nicht mehr gerechtfertigt ist, geimpfte Personen oder auch geboosterte Personen besser zu stellen? Das sind die schwierigen Fragestellungen und da kann es natürlich rauskommen, dass man sagt, nein, diese Differenzierung ist nicht gestattet, die sind nicht so viel besser und dann braucht man einen allgemeinen Lockdown. Insofern führt also das Zerschießen der kleineren Maßnahmen am Ende dazu, dass wenn man am Schluss nur noch die brachialen Maßnahmen übrig hat, diese auch gezogen werden müssen. Das ist jetzt kein Buster oder Edge, sondern das ist einfach die logische oder notwendige Konsequenz, die daraus folgt, wenn wir es nicht schaffen, früher durch niederschwellige Maßnahmen die Pandemie einzugrenzen. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, ist das wirklich niederschwellig? Die Leute von Woolworth sehen das sicherlich anders. Die finden das ganz schlimm, dass sie 2G-Regeln beachten müssen und andere, die dann betroffen sind, wenn Schulen wieder geschlossen sind, hätten sich gewünscht, man hätte lieber auf ein paar Besuche im Einzelhandel verzichtet oder strengere Grenzen dort eingesetzt. Insofern bleibt es schwierig. Die Politik hält sich ein wenig bedeckt damit, was sie machen wird, wenn Omikron voraussichtlich in den nächsten ein, zwei Wochen vorherrschend werden sollte. Und dann werden wir uns auch wieder mal betrachten, wie sich das Gefilde zwischen Verhältnismäßigkeit, Angemessenheit, Erforderlichkeit, Geeignetheit und so weiter weiter verhält. In diesem Sinne, bleibt gesund und lasst euch impfen!